Hallo und herzlich willkommen zurück zur Soulink Challenge mit mir und den guten Blut zusammen. Ja, komm, fass mich. Heute Dieb fangen und dann Arena umklatschen. Oh, da ist der Dieb, hab ihn gefunden. Ist er in der Arena? Ja, bin echt gut. Instant gefunden. LOL. Wow, LL ist am Eiger, einfach mal. Komm, gib das Hell, was du geglaubt hast. You see, I make a big mistake. Ja. Das ist jetzt gegen die Kämpfe? LOL, er ist abgehauen? Wo ist denn jetzt hin? What? Ist jetzt hier jemand in der Arena? Die Arena ist leer, oder? Das ist es nicht. Ja, die Arena ist leer. Scheiße, wir müssen hier noch jagen? Was ist denn jetzt hin? Du Backe, weiß ich nicht. Hat er gesagt, wo er hingeht? Ich weiß es nicht. Ich hab mich so geirrt. Ich dachte, wir kämpfen jetzt gegen den. Wo ist denn der? Ich hab ne Vermutung, wo er hin ist. Irgendwann auf die Brücke. Ich auch. Ja, das ist auch meine Vermutung. Ich lauf da gerade hin. Ich auch. Oder warte, gibt es hier noch dieses Haus? Ne, das gibt's nicht mehr. Brücke. Ich bin auf der Brücke. Brücke. Hier ist auch Brücke 24. Ja, wow. Diese Tarnung. Diese Tarnung. Er ist echt gut. So, jetzt willst du kämpfen, oder? Also, ich hab keine Ahnung, wo er ist. Er hat sich gerade irgendwie vollsteig versteckt. Oh, ich hab ihn. Er ist echt gut. Hat er voll drauf. Ey, also, das war schon echt nicht schlecht, ne? Okay, komm. Jetzt kämpf doch mal, du Lutscher. Endlich, ey. Tu, was hast du? Er hat ein Pokémon. Jetzt kommt das übste Mega-Pokémon. Keine Angst. Ein Dragoran. Piratina. Nee, du Kind. Ein Dragoran. Was ist denn gegen Dragoran effektiv? Eis, ne? Scheiße. Ich hab Angst. Ja. Maschok könnte sterben. Oh. Dragoran ist auch echt. Ja. Ja. Dragon Rush. Maschok. Ich hätte gerne meinen Pokédex. Ben. Ich hätte gerne meinen Pokédex. Alter. Ich hab einen Geworn-Hit. Einen Critical-Hit. Sky, du bist... Ähm. Boah, ich hab einen Geworn-Hit. Das sehe ich jetzt gar nicht an. Das sehe ich jetzt irgendwas ins Kira. Maschok hat den nicht geworn-Hit. Ich wechsle. Ich hab geworn-Hit. Auf Palki-Eye. Mit Critical. So will ich das sehen, Sky. Genauso, nicht anders. Oh Gott. Okay. Boah, ich sehe das jetzt gar nicht ein hier. Ganz safe mache ich das. Ah, jetzt sagst du, dass es in einer Arena versteckt hat. Dieses Teil. So. Jetzt sag ich mir eben gerade erst mal, dass die Morgel sich lange aufgelöst hat. Ach, das weiß der noch nicht, oder? Nein. Da war ja auch noch eine Mission. Jetzt weiß er es, aber ich hab's noch erzählt. Es ist noch traurig und geht nach Hause. Ja, ich mein, wenn man loyal ist, das ist halt so. Ja, 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 kennt man und so. Schade, ich geh jetzt nicht ran. Arena. Ist das irgendwo in der Arena versteckt, hat er gesagt. Okay. Ich guck halt die Arena durch. Irgendwo muss es ja versteckt haben. Keinig ganz oben, oder? Ja, hab's gefunden. Ist Dings? Hab's gefunden. Links oben. Maschinenpart. Oben? Gut, ich hab Maschinenpart. Oh nein, müssen wir jetzt echt zurücklatschen noch. Nee, bitte, wenn du jetzt rausgehst, kommt auf jeden Fall ein Polizist, oder? Nimmt uns das Teil an. Ich hab auch Maschinenpart gefunden. Nein, wir müssen zurücklatschen. Wir müssen zurücklatschen. Oh, ernsthaft. Ja, ich kann halt nicht fliegen, ne, das ist dir bewusst. Ich kann ja auch nicht hinfliegen, oder? Hinlaufen müssen wir doch sowieso. Ja, ich muss auch zurücklaufen. Das ist natürlich dumm. Stimmt, du musst zurücklatschen. Oh, das ist echt bitter. Jetzt dauert das nicht so lange, aber du kannst doch einfach fliegen. Ich hab gespeichert. Boah, Sky, du bist echt super. Tragoran geworden, hättest. Mit Crit. Nice. Route 9. I'm on the way. I'm on the way. Nee, hier lang. So, ich wechsle gerade das Pokémon. So, einmal surfen. Pikachu ist schön schnell. Pikachu kann vor allem weglaufen. Wow. Und so. Ja, was denn? Wow, zwei Felder gesurft mit dem Encounter. Ich hab schon erst bei Route 10 in den Encounter bekommen. Hallo, Routerlander. Hallo, Hops-Bras. Nein, du mobst jetzt nicht Hops-Bras. Was denn? Ja, ja. Lass dich wieder auf der Zunge. Gib's zu. Hops-Brasch ist voll niedrig. Oh, nächster Encounter. Oh, noch hab ich Prost. Hab ich Prost. Das hätten sie besser machen können. Das war jetzt nicht noch mal hin, zurück, hin, zurück. Aber dann wäre das ja ganze noch kürzer und noch knapp. Dann hätten sich noch mal neue Geschwerte. Hat sich irgendjemand bei der besten Gen beschädigt? Ich glaube nicht, oder? Ich weiß es nicht. Magneton. Wild. Du bist dein bester Freund. Das wäre ein Encounter gewesen. Ach du Scheiße. Ich hab ein Porent da vor mir. Oh, ist Lauchzulot? Ich wollte jetzt krass auch sagen, es ist Lauchzulot, das ist alles gut. So, ich geh mal ins Dings rein, ins Kraftwerk. Hallo, hab's Maschinenteil gefunden. Ach, wie schnell du bist, ey. Okay, ich bin da im Kraftwerk. Hey, ich hab das Item doch. Also muss ich es dem Chef geben, oder was? Hey, ich hab das doch. Hallo, hier. Ah, sehr gut. Okay, er hat's eingebaut. Jetzt läuft wieder alles. Boah, und jetzt muss ich wieder zurücklaufen, ey. Ihr wollt mich doch verarschen, ey. TM57. Ich danke dir, was ist denn das? Kenn ich das? Hab ich das schon? Was ist das? Chargebeam. Okay. Interessant. Oh, Chargebeam. Das hat mein Reggie-Stil schon. Dein eigentlich defensives Pokémon. Eigentlich defensives. Aber es ist eine Falle. Das ist eigentlich offensiv. Damit rechnet keiner. Nein, das ist mit Sicherheit nicht. Lass es. Damit rechnet keiner. Das ist geplant. Ja, damit rechnet keiner, was nichts bringt. So. Ja, gut, das kann jetzt da. Ich stehe vor dem Pokémon Center. Wie viele Vorträner hätten die wohl? Bestimmt zwei oder drei vielleicht sogar. Ich gehe mal reingucken. Ich lasse Sky vorne dran. Das läuft. Okay, im Wasser ist gar niemand. Hallo? Misty ist auch nicht da. Hä? Misty muss da sein. Misty ist nicht da. Wir haben das gemacht. Misty ist nicht da. Misty muss da sein. Wir haben das gemacht. Ist nicht da. Also im Guide steht, wenn wir das machen, ist Misty da. Ist sie nicht. Hä, wo ist sie? Muss man da irgendwas machen? Ist die jetzt irgendwo anders? Hä, wo ist die? Ist die vielleicht rechts oben in einem Haus? Oh scheiße, die ist erst bei Bill, oder? Das vermute ich nämlich jetzt gerade. Ja, stimmt. Ich glaube, ich habe irgendwas von Bill gelesen. Ja, der ist ja erst bei Bill jetzt und dann kommen die erst in die Arena. Okay, hier haben wir natürlich schon wieder Kämpfe. Das wird lustig. Erster Kampf. Bei der Videotani, immer mit der Ruhe. Ich habe heute Bock zu kämpfen. Ein schwule Kind. Rihorn. Okay. 45. Zieht an. Es wirkt. Surfer. Mach's gut. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Ciao. Ach Gott, ey. Ich glaube, Misty hat Schiss, weil wir hier sind. so durchwaschen durch die Region. Deswegen versteckt er sich. Rot hat sogar schon Schiss. Der sieht das von seinem Berg aus. Nächster Kampf. Kann ich durchwaschen? Das sind so gut wie alle Wunder bei mir gerade. Ich habe immer Typ-Effektivität. Zwei Pokémon. Ja, ich versuche halt immer mit Diversen zu kämpfen. Und nicht nur mit meinen Legendären. Und das macht es halt schwierig. Ich kämpfe nicht mit meinen Legendären. Ich habe keine... Das ist auch jetzt nicht so offensiv gut. Ich habe so Standort, was ich irgendwo vorne habe. Jetzt meistens Sky. Wenn der Typ passt, dann kämpfe ich damit, wenn der Typ nicht passt. Ja, aber das musst du auch die anderen, der will. Ja, wenn der Typ nicht passt, dann wechsle ich. Aber warum sollte ich wechseln, wenn der Typ was auch passt? Nee, aber von vornherein, bevor du in den rein rennst. Oh shit, was ist das denn? Ja, ich muss halt auch mal mit anderen kämpfen. Ich muss kurz auf den Namen gucken. Der Name, der sagt mir nix. Oh, scheiße. Stimmt das? Ja, ich lasse mich von Tani anstecken. Ich mache das halt schon wieder Fehler. Jetzt hat er sich geboost. Hört doch mal auf. Ja, du bist so schnell. Ah, Caboera ist das. Oh, Caboera. Cabo, Caboera. Ding, was ist Caboera, Cam? Ja, gut, ich habe ein Problem. Hier wird vielleicht doch sterben. Er hat sich jetzt schon zweimal geboostet. Switch Pokemon. Du kannst dich schon mal auf was einstellen, vielleicht. Nein. Das sei denn, Caboera macht jetzt was. Und das könnte es gewesen sein. Oder was macht er? Was ist das? Oh, er macht keine Ahnung, was hat er? Oh Gott sei Dank. Und die Quillcloth triggert Caboera, sonst wäre er wahrscheinlich gestorben, ey. Du machst da was Sachen, ey. Ich versuche mich zu beeilen, weil du so schnell bist. Nee, hör auf. Ich beeile mich doch auch nicht, weil du vorrennst. Natürlich, du wandertest alles. Dafür kann ich ja nichts. Jetzt käme ich mit dem Psycho. Bam, gewandert Caboera. Ich gucke immer schon nach den Typenvorteilen, dass ich immer schon ein bisschen am Vorteil bin. No, bro. Ich habe geschworen, nach der ersten Zoning, dass mir in der nicht mehr so viele Zeugs passiert. Ja, es ist schon was gestorben, manchmal kann man es nicht verhindern, aber... Kein Risiko. Okay. Was hast du? Wie kommen denn hier nochmal drei? Oh, das ist irgendwie sieben Stück, ne? Okay, zwei Punkte. Oh, jetzt brüch ich Elektro. Gut, Wasser gegen Wasser. Sollte okay sein. Wo ist das? Gut, ich... Fliege mal. Oh, Waterfall. Aber wieso sind hier so viele Trainer? Die Arena-Latte sind doch schwächer. Das verstehe ich nicht so, ganz ehrlich gesagt. Oh, was macht... Was macht Nidoki... Ähm, Nidoki. Aquaring. Okay. Aquaring ist okay. Gönn dir Aquaring. Gönn dir Heilung. Äh... Ja... Gleich mal drinnen. Das ist ein angenehmer, drinner Saftkorn und Knuffenser. Das ist ein angenehmer. Man kann sich ja auch mal zurücklehnen und sich entspannen. Ah, er hat's überlebt. Oh, Waterfall. Sollte nix machen, oder? Drei-Liebe-Selplan funktioniert. Oh, scheiße. Ich speichere mal. Hier ist schon wieder der nächste Trainer. Wie dumm ist das denn hier gemacht? Man kann hier gar nicht umgehen, ey. Meinst du auf der... Äh, oben da? Vielleicht schon ein Bill? Ja. Nee, du musst durch alle durch. Die haben Nummer. Der H1-Typ hat auch gesagt, so, ich bin Nummer 3. Hört mal, los geht's. Du musst gegen die alle kämpfen. Wahrscheinlich. Ah. Ja, ich wechsel mal. Regis, die. Ich wähle dich. Starmie. Oh, so Oldschool-Pokémon. Oh, wie gut. Charge-Beam. Ach komm, das reicht nicht. Au. Schmerz. Wow, die Attacke ist daneben gegangen. Du wirst mich verarschen, jetzt. Regis, die. Mach jetzt. Schieß drauf. Ja, Regis, die. Ne? Attacke ist daneben gegangen. Du wirst mich verarschen, jetzt. Mach. Geht doch. Ja, das hier ist ein Doppelkampf, oder was willst du dich verarschen? Was? Wo ist ein Doppelkampf? Bist du schon so weit? Bist du schon weiter als ich? Was ist das hier ein Doppelkampf? Ja, das ist ein Doppelkampf. Welchen Trainer bist du denn? Äh, Nummer 5 und Nummer 6. Wow. Weißt du, aber zu mir sagen, dass ich vorwasch bin. Ja, weil ich mich jetzt übelst beeile. Ich hab grad so riskant gespielt, um aufzuholen. Ich bin mit drin, Nummer 3. Oh, Scheiße. Ich spreche jetzt auch erstmal. Tani? Ich würde auch fassen, ja. Wieso? Oh, fucking. Was nenne ich? Ja, Scheiße, ey. Geht doch mal ganze Sätze. Ich würde auch scheiße, oh nein. Oh, Scheiße. Ich könnte, also ich muss jetzt angreifen. Es könnte sein, dass man einiges Pokémon stirbt. Ich hab jetzt keine Wahl. Ansonsten rekt die mein... Ja, wobei, die sind noch an Level 38. So, ich bin jetzt bei 3, nur 4. Chill. Ich muss es machen. Es tut mir leid, wenn ihr es versterben sollt. Aber ich muss es machen. Ja, wobei, ich könnte natürlich auch auswechseln. Ein Pokémon? Oh, nein, nicht du Scheiße. Mach weg, mach weg, mach weg, mach's weg, mach's weg, mach's weg. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ihr könnt jetzt versterben. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich muss mich selber angreifen. Das ist Scheiße. Stopp, stopp, nein. Ich hasse dieses kleine Trecks. Für jeden, bei mir ist was gestorben. Oh nein, was gestorben. Sky. Das muss ich jetzt wissen, weil ich muss wechseln. Sky. Was gestorben. Der Lipper. Sky. Ja, okay, Pikachu, da traue ich jetzt nicht so drum. Aber ich. Weil er das kleine Misty Spiegel Cape gemacht hat. Ich hasse dieses Drecks Ding. Oh, das hat nicht gewonnen. Das ist im roten Bereich so viel. Celebi, du überlebst das, oder? Ja, gut, Celebi hat mal eine eigene Attachung. Einmal den Gänzen. Boah, total. Danke, es ist weg. Ach, Philippa, ey. Was hat denn Spiegel Cape eingesetzt? Ist das wieder so ein scheiß Isso, oder was? Ja. Oh nein. Diese Isso. Das ist unser Nemesis. Das ist unser scheiß Nemesis. Ist so, ist so ein Misty. Oh, Philippa, es tut mir echt mega leid. Es tut mir so ultra leid. Pikachu, ich hab sie so gemalt. Du warst mein Fokken-Uns-Empfang. Ich mag Pikachu. Okay, ich geb's du. Ich mag Pikachu eigentlich. So. Pikachu ist knuffig. Jetzt kommt ein Doppelkampf, sagst du? Ja. Die sind vom Level ja nicht so stark, aber es ist ein fucking Doppelkampf. Okay, ich versuch's mal. Ich hab zwei vorne reingesetzt, die ganz gut zusammen harmonieren sollten. Go, John! Was? Nein! Bitte fucking nicht. Das ist jetzt ein fucking Scherz. Wie viele Pokémon haben die denn? Die zwei. Der Doppelkampf ist aber groß. Ja, ach! Ich bin hier am Strugglen. Du bist immer im Doppelkampf. Okay. Ähm. Ich bin am Arsch. Also, was mach ich denn jetzt, Tali? Wo soll ich das wissen? Hier steht ein Grauland vor mir. Mach's weg. P-P-P-Pike, du musst rein. P-Pike, du musst jetzt rein, ey. Ich bin am Arsch, ey. Mach's weg. Immer draufhauen. Oh, das hat auch noch Sonne. Nein. Mach bitte einfach irgendwie Schaden. Oh, Rotom. Oh, Rotom. Nein. Du hältst doch nichts aus, oh, Nato. Okay. Die ersten zwei sind weg. Oh, Top. Boldini. Oh, 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 oh. Und? Oh, Graugordon hat fast seinen Partner. Und? Lucario. Oh, Lucario. Was mach ich gegen dich? Oh, ich bin hart im Stress. Immer einen kühlen Kopf bewahren. Nicht in Panik geraten. Oberste Regel. Lucario ist weg. Super. Von dem hab ich am meisten Angst jetzt gerade gehabt für Lucario. Lucario kann schon echt fies sein. Charge Beam. Let's just use 2, du hast nicht so viel Damage, aber komm. Gönn dir ein Goldini. Ja, sehr schön. Es tut mir... Oh, nein, Kappa. Du überlebst das, oder? Ich muss... Es tut mir leid. Es tut mir so leid. Ich muss es machen. Ich muss Schaden machen. Kappa, Lobos, bitte lebe. Okay. Ja, danke. Okay. Das ist gut. Okay, Gordon ist tot. Alter. Was? Oh, mein nüt. Ich muss da echt zum Super-Prozenter, ey. Wenn ich jetzt Ammonitas noch wegkriege, dann hab ich als nächstes nur noch ein Pokémon mir gegenüberstehen, was eigentlich super ist. Denn im Doppelkampf ist das easy. Ich hab... Ich bin im Stress. Ja, super, okay. Das heißt, ich hab dann im Endeffekt nur noch eins gegen zwei. Perfekt. Ja, perfekt. Ich bin hier... Alter, boah, bitte. Jetzt was Leichtes. Hast du Graudon weg? Ja. Gut. Sehr schön. Das ist okay. Sehr schön. Das ist okay. Okay, okay. Alles gut. Das dürfte safe sein. Und was kommt als letztes? Ein Pokémon E2. O-Mod. Ja, O-Mod ist doch noch okay. Ja, ich muss das jetzt machen. Aber los, tankt das. Alter. Easy. Okay, hab den Doppelkampf. Glad ich. Das war, äh, ja. Die war nicht ohne. Die zwei haben sie gut gemacht. Ähm. Tasche. Dü-dü-dü-dü. Ich weiß schon. Ah, jei, 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 jei. Also, ich bin immer noch, hier ist noch nix entschieden. Ich konnte mich auch selbst töten, theoretisch. Nein, bitte nicht. Don't do this. Ja, ich muss, ich muss riskieren. Ja. Gegen was kämpfst du denn gerade? Ähm, alter. Boah. Ich hab mein Eif-Pokémon gekrittet, das hat's überlebt. So, ich stehe jetzt vor dem letzten Kampf hier. Alter, ich bin, mein Team ist so am Arsch jetzt. Aber ich hab's geschafft. Bist du durch, oder bist du im Doppelkampf nur fertig gerade? Ich hab ihn gerade geschafft. Ich muss es erst mal heilen, ey. Und zwar dringend. Ganz, ganz dringend. Alter, erst was speichern. Ich hab auch gerade, ich kämpfe noch gegen den letzten jetzt hier. Gerade. Und gönne ich mir jetzt noch. Hab ich jetzt Bock drauf. Oh, da haben sie ihn auch noch machen. Nein, musst du nicht. Jetzt hör auf mit dem Quatsch. Doch, mach ich noch. Du hast da auch schon manchmal. Oh, der hat ein Pokémon. Oh, oh, ich hab Angst. Nur eins ist nie gut. Okay. Okay. Ich kenn ich. Du bist der kleine Hai. Du bist doch mit Wasser, oder? Kleine Hai ist doch mit Wasser, oder? Aber den kenn ich doch. Ich kenn den. Ich hoffe nicht, ob der nur Wasser ist oder der Wasserboden oder irgendein Quatsch war. Obwohl, dann wäre trotzdem Pflanze extrem attraktiv. Kaumalad genauso. Alter, erst mal das Team heilen. Kaumalad. Loll, das ist ja gar nicht knackig, was ich gefangen hab. Das ist die Zwischenentwicklung. Ich hoffe, ich weiß nicht immer. Wow. Eis, Drache, Fee. Ja gut, das hab ich alles. Dann hau ich voll rein. Also nach Pikachu nehm ich schon mal das Item ab, weil Pikachu ist ja tot. Ich kann ihn nicht umgehen. Okay, hab den letzten Trainer weg. Oh Gott sei Dank. So, speichern. Ne, da kommt noch ein Trainer. Fuck. Das ist ne Falle. Das ist ne richtig... Regigigas, oh nein. Regigigas. Ich hohe Park ja, sofort. Ja. Da wird nicht drauf gefackelt. Ne, besser ist. Hier kommt noch einer, aber ich kann den umgehen. Gegen dich kämpfe ich nicht, Kollege. Ne, ne. Was ist gegen Regigigas gut? Kampf? Also ich hab, äh, ja, mit Kampf voll draufgehauen, so gut ich konnte. Ja, das Problem ist, ich bin halt ein spezieller Angreifer eigentlich. Was ist Regigigas für ein Typ? Normal, oder? Ich glaube, Regigigas war normal. Regigigas war, glaube ich, normal. Dann mach ich Surfer, weil ich hab das, äh, ich hab den Walschal halt. Damit mach ich eigentlich mehr Schaden. Ach, hier oben ist, glaube ich, Misty. Genau, da ist er. Ja, Regigigas ist... Er macht Revenge! Scheiße! Was ist Revenge? Gepalk hier. Nein. Lol, Palk, ihr tankt das einfach mal locker. Das hätt ich nicht gedacht. Ach, Palk ist so stark, ey. Ich dachte, Palk wird jetzt sterben. Alter. Okay, Misty geht ins, äh, in der Arena. Müssen wir noch zu Bill rein, eigentlich? Wieso sollten wir zu Bill rein? Ich weiß nicht, müssen wir da rein, das war ne Frage. Ich weiß es nicht. Ist da irgendwas... Wo ist denn Misty? Die steht rechts neben Bill's Haus, oben. Bill ist abgehauen? Ja, ist mit der Opa drin. Den Opa hat er zurückgelassen. Alter. Okay, Misty macht einen harten Abgang. Gut, dann würde ich sagen, beenden wir hier in der Stelle erstmal die Folge und in der nächsten Folge klatschen wir Misty um. Oder? Ja, das klingt nach dem Plan. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss. Ciao.